Moin und hallo aus Bielefeld. Ja, richtig, Bielefeld gibt es wirklich. Und diesen Monat gibt es sogar einen Bielefelder, der dreifach Glück gehabt hat. Den gehen wir jetzt mal besuchen. Und jetzt wollen wir auch mal hoffen, dass er da ist. Hallo. Sie haben ein Los von der Deutschen Postkollotterie. Drei Lose sogar. Sehr gut aufgepasst. Jetzt habe ich erstmal Blumenschraubst, den gebe ich erstmal der Dame. Danke schön. Und da dürfen Sie gerne einmal dran ziehen. Das ist Ihr Preis. Super. Wow. Klasse. Den zweiten dürfen Sie auch noch ziehen. Den zweiten darf ich auch noch ziehen. Das ist auch für Sie. Okay. Und dann ziehen wir den dritten auch noch. Den dritten ziehen wir auch noch. Das ist auch für Sie. Das ist unglaublich, ehrlich. 30.000. Super. Das ist Ihrs. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Das ist vollkommen überraschend für mich. Das ist... Ich kann es nicht in Worte fassen. Dankeschön. Sehr gerne. Das ist... Im Namen der Deutschen Postkollotterie herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. Wow. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich bin noch gar nicht so lange dabei. Ich habe das gesehen im Internet. Habe gesagt, ach, kannst ja mal mitmachen. Vielleicht gewinnst du. Vielleicht auch nicht. Und ja. So. Da habe ich gewonnen. 30.000 Euro. 30.000. Super. Ich freue mich. Wir kommen gerne auch in Ihre Straße. Postcode-Lotterie.de. Viel Glück. Willkommen für euch. Tschüss. DE